Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Mittwoch, den 12. Juli. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder acht Technik-News für euch vorbereitet. Wir beginnen beim Informationsfreiheitsgesetz, gehen zu Amazon, zu Kryptogeld, zu Audi, zu Snapchat, zu LG-Smartphones, zum Messengerphone und gehen dann am Ende noch zum Mac-Modellware. Wir beginnen beim Informationsfreiheitsgesetz und da gibt es in Deutschland einen großen Durchbruch. Im Endeffekt hat sich die Bundesregierung dazu entschieden, 17.000 Dokumente aus den letzten vier Jahren online zu stellen. Im Endeffekt geht es zu allen Anfragen rund um das Thema Gesetzesentwürfe und Lobbystellungnahmen. Bei der IGE-IFG kamen diese Woche 1.600 Anfragen zu einem ganzen Thema ein. Das sind sonst so viele wie in einem ganzen Jahr. Dementsprechend hat man sich dazu entschieden, gleich zurückzurudern und alle Dokumente online zu veröffentlichen, um so quasi den Anfragestellern die Anfragen zu ersparen. Wir kommen zu Amazon und da war ja gestern der Amazon Prime Day und die Tarifgewerkschaft Verdi hat das Ganze wieder genutzt, um einen Streik durchzuziehen. Zitat des Verdi-Streikleiters. Heute ist Prime Day bei Amazon. Jede Stunde gibt es ein neues Sonderangebot. Da haben Streiks eine besondere Wirkung. Ja, kann man vorstellen, dass tatsächlich das gerade während des Prime Days ein relativ schwieriges Anliegen ist. Die Vertriebszentrum-Mitarbeiter in Leipzig haben eben gestreikt. Ob dann solche Kampfmaßnahmen tatsächlich zu einer Linderung des Streits, das schon seit Jahren tobt, gehen, fraglich. Wahrscheinlich wird man sich wieder mit Lohnarbeitern ausgeholfen haben. Trotz allem ein Zeichen und ein Statement war es sicher, ob es zur Deeskalation beiträgt. Wäre dann abzuwarten. Wir kommen zu einer lokalen News aus Österreich, die mich etwas überrascht hat. Mittlerweile ist es möglich, in rund 1.800 Filialen der österreichischen Post und von Partnern Kryptowährung zu kaufen. Wie läuft das Ganze? Im Endeffekt kauft man einen Gutschein quasi im Wert von 50, 100 oder 500 Euro des Dienstleisters Bitpanda. Dort kann man dann diesen Gutschein quasi gegen Kryptowährungen täuschen. Das sind nicht nur Bitcoin, da sind auch Litecoin dabei, Dash oder Ether. Wir kommen zu Audi und die haben heute einen neuen Audi A8 vorgestellt. Das Besondere an dem Audi A8 ist, dass er mehr oder minder selbstfahrend ist. Es ist das erste der Level 3 Autos quasi, so nennt Audi das selbst. Im Endeffekt ermöglicht das Auto eigentlich selbstfahrende Tätigkeiten mit bis zu 50 kmh. Also doch schon recht beeindruckend. Es soll möglich sein, dass der Fahrer die Hände vom Lenkrad nimmt. Dennoch sei es ihm nicht gestattet, einen Powernap durchzuführen. Denn wenn etwas passiert und das Auto überfordert ist, müsste er natürlich trotzdem nach wie vor eingreifen. Ja, trotz allem ein großer, großer Schritt Richtung selbstfahrende Autos, auch von Audi. Gerade denen wirften wir immer wieder vor, dass sie nicht ganz so vorne mit dabei sind. Gerade das jetzt sieht allerdings durchaus interessant aus, meiner Meinung nach. Wir kommen zu Snapchat und da ein kleiner Blick auf die aktuelle Aktienentwicklung. Im Endeffekt ist der Dienst ja im März an die Börse gegangen und war dort auch sehr, sehr erfolgreich. Jetzt gibt es den ersten sehr, sehr herben Rückschlag zu verzeichnen. Nach einem weiteren Kurseinbruch hält die Aktie aktuell bei 16,99 US-Dollar. Ausgegeben wurde sie für 17 Dollar. Das heißt im Endeffekt, sie ist einen Cent weniger wert als bei der Ausgabe. Zwischenzeitlich war sie auch schon 27 Dollar wert. Grund dafür dürfte einerseits sein, dass sie im ersten Quartal nicht mehr im Endeffekt eigentlich kein User Plus verzeichnen konnten. Was natürlich sehr schwierig ist in einer Branche, die sehr wachstumensgetrieben ist. Auf der anderen Seite der Konkurrent Instagram allerdings sehr wohl Plus an Nutzen verzeichnen kann. Das heißt im Endeffekt sich die Konkurrenz besser entwickelt als Snapchat. Wir kommen zu LG und die haben gleich drei neue Smartphones vorgestellt. Alle greifen wie eher quasi das Mittelsegment an. Preise sind leider keine bekannt. Die Smartphones lauten auf den Namen Q6, Q6 Plus und Q6 Alpha. Im Endeffekt ja, tatsächlich Mittelklasse-Technik. Snapdragon 435, 13 Megapixel Kamera. Verschiedenste Ausstattungen gehen von 2 bis 4 Gig RAM, von 16 bis 64 Gig Speicher. Ja, eben Mittelklasse-Smartphones. Kein Fingerprint, wo jeder im Endeffekt muss man per Gesicht oder hinsehen quasi das Gerät entsperren. Aus sicherheitstechnischer Hinsicht nicht unbedingt das Ideale. Interessanter Bildschirm, das Gerät ist zumindest links und rechts beinahe randlos. Ja, starten sollen die Geräte bald. Preise gibt es leider noch keine. Gerade in dem Segment wird natürlich der Preis dann auch der Hauptkauf- oder Gegenkaufgrund mehr oder minder sein. Wir bleiben im Android-Lager und dort gibt es schlechte Nachrichten. Der Android-Vater Andy Rubin hat ja vor einiger Zeit das Essential Phone vorgestellt. Und das sollte am 30. Juni an die ersten Vorbesteller ausgeliefert werden. Vorurteile aber nicht. Informationen von Unternehmen, warum das so ist, jetzt fast 15 Tage später, gibt es keine. Imso wenig gibt es irgendeine große Söhnungnahme, keine Reaktion der Presse gegenüber. Und auch in den sozialen Netzwerken hält man sich ziemlich ruhig. Eine Möglichkeit wäre mehr oder minder ein Namensstreit mit dem Accessoire-Hersteller Spiegel. Die haben nämlich auch eine Essential-Reihe im Programm. Wirklich näheres Wissen tun aber eben nicht, da sich Essential leider nicht geäußert hat. Und ja, schade, gibt der ganzen Geschichte natürlich einen sehr bitteren Beigeschmack. Ich schließe die heutige Sendung mit mehr oder minder einer Sicherheitswarnung. Auf dem Mac gibt es eine neue Malware, die sich vor allem an die Schweiz als Ziel mehr oder minder richtet. Die Malware selbst heißt OSX-Doc. Im Endeffekt ist es eine Information eines Schweizer Ministeriums. Allerdings eine gefakte natürlich, in der mehrere Anhänge sind. Unter anderem eine Word-Datei mit der Datei-Eindung .docx. Was jetzt die aktuelle Datei-Eindung wäre. Wenn man die eröffnet, kommt die Info, dass Microsoft Word aktualisiert werden muss. Im Hintergrund wird allerdings eben ein Trojaner heruntergeladen, der sich auf eurem System einnistet. Das macht er über einen Update-Dialog. Dort müsst ihr euer Passwort eingeben. Das ist aber nicht zur Installation des Updates, sondern eben für die Installation der Malware. Daraufhin hat sie Admin-Zugriff und versucht sich das nächste Mal, wenn ihr euch in eurem Schweizer Bankkonto online einloggen wollt, einzuklinken und eure Daten abzufischen. Insofern auf jeden Fall aufpassen, gerade unsere Schweizer Hörer bitte. Ja, das war's für die heutige Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis bald und ciao. Hört mehr Geek Talk.